Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr früh. Zeit für den Montagswitz. Ein Typ mit einer Armfehlstellung trifft auf eine gute Fee. Diese Fee gewährt ihm natürlich 3 Wünsche. Worauf er so, ja, sehr gut. Dann geht er zur Fee und sagt, ich wünsche mir bitte 2 gleiche Arme. Schwupp. Also, shit, nein, andersrum. Oh Gott, es wird schon wahnsinnig werden. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, teilt ihn auf eurer Facebook-Seite, erzählt ihn an euren Freunden und abonniert meinen Kanal, damit ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt, der Montagswitz. noch mal. Das war das, was wir tun. Ja. Wir machen, das ist ein wenig.